Hallo, Tag 1 nach dem Print Day oder Tag minus 489 vor dem 11. Print Day. Als erstes möchte ich mich bedanken bei den Teilnehmern und bei unseren Sponsoren. Ohne unsere Sponsoren wäre diese fantastische Veranstaltung nicht möglich gewesen. Wir haben viele Leute, die leider aus Corona-Regeln nicht teilnehmen konnten. Für diese habe ich eine tolle Nachricht. Alle Vorträge sind aufgenommen und werden jetzt in den nächsten Monaten sukzessive online gestellt. Für die Teilnehmer habe ich noch eine bessere Nachricht. Viele Vorträge gingen ja parallel, konnte man also nicht die ganze Zeit alles mitbekommen. Für die Teilnehmer werden die aufgenommenen Vorträge in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt. Nochmal danke an allen und wir sehen uns in knapp 500 Tagen wieder.